Ein bisschen mehr bei der Pflanze. Ach, hier ist die andere Truhe. Edelschild. Wie edel. Aber Sternkappe ist wahrscheinlich für dich. Fluchtwertgenauigkeit. Verteilen wir ja nur zwei Punkte. Sternkappe. Du könntest sie tragen. Aber ich bin Nutzer eigentlich nicht so häufig. Obwohl, es ist ja eher Verteidigung. Wie sieht es mit Zellos aus? Du kannst wahrscheinlich auch tragen. Sternkappe. Genauso wie dein Runenhelm. Setz du die Kappe einfach auf. Schild. Wie sollen wir eigentlich fünf Blechschilde? Intelligenz sinkt mit zehn. Egal. Oder habe ich irgendwas anderes, das meine Intelligenz steigert? Nicht. Oh. Runenpanzer. Habe ich wieder was vergessen auszurüsten? Ja, checken hast du. Naja. Er ist ja eh nicht in der Party. Also von daher. Was war denn das jetzt für ein jämmerlicher Versuch, noch den Wind zu erwischen, checken? Ich weiß es nicht. Einfach mal versuchen. Wird schon schief gehen. Fuck, wieder seltener Gegner. Treffst du überhaupt mit Dragon Dance? Ich könnte ja mal ein Uhr-Talken gucken, was ich hier so verbinden könnte. Keine Ahnung. Mach einfach irgendwas schicken. Schau. Akribi? Was ist Akribi? Erhöhe die Treffsicherheit vorübergehend. Okay. Wenn du meinst. Na, du lebst noch, Blume. Natter Versuch, Chicken. Naja, die hier resetten sich, glaube ich, nur, wenn man raus und wieder reingeht. Glaubst du? Direkt ver- Geflötet. Genus, du bist gerade nicht beschäftigt. Du kannst ja mal sehr heilen. Äh, Wundermittel. Judgmental! Okay, ich darf so kleine Gegner nicht mit Dragon Dance angreifen. Dafür sind sie nicht zu leid auf dem Boden. Aber es macht doch so viel Spaß, es zu tun. Füttern. Füttern. Blume ist wieder gesund. Wo will mich eigentlich die andere Blume hinbringen? Wahrscheinlich an den Anfang zurück. Warte, ich muss erst mal dort drüber mit ihr. Nein, ich bin nicht ready. Warte, ich bin nicht bereit. Upsalat! Wie ist die Blume eigentlich ausgerichtet? Ach, da ist eine Truhe vor allem. Schön, wie du die Truhe nicht bemerkt hast, trotz dass du da drauf guckst. Ja. Aber die pustet mich ja da rüber. Du pustest mich dort. Ich werde vielleicht zum Winter kommen. Ach, guck mal. Guck mal, ich werde mich überhaupt die große andere lila Ding hin. Das große andere lila Ding. Ich meine, das bringt mich nur an den Anfang zurück. Wobei, ja, so wie die positioniert ist. Weil wie soll ich sonst hier wieder wegkommen? Die bringt mich ja weiter. Ui! Hin und her gepustet werden. Flammenschienen. Das klingt sowas von etwas, das für dich ist. Hast du nicht vor kurzem erst was bekommen? 1000 Sieben. Scheldra? Sieht merkwürdig aus. Was ich eigentlich machen müsste, um so eine Wind-Exception zu machen. Schiena ins Team holen. Damit sie nicht mal Sylph beschwört. Aber mit meinem Glück wird sie ihr Luna beschwören. Angel Feathers! Die Frage ist, wen werf ich raus? Gibt's hier noch eigentlich? Du hast noch eigentlich eigentlich, ja. Wulginus? Okay. Ich wollte schon sagen, gell? Aber ja. Genus hat noch eine Zauberung, die er lernen kann. Muss ich da für zwei, oder? Anfänger-Mützel? Kannst du aber beides haben? Ist das beides, oder? Auf jeden Fall bleibt Chiena drin. Wie sieht's mit dir, Colette? Wolltest du nicht mal nachhucken, wie du Stardust Cross lernst? Ja, eigentlich schon. Colette? China. Vielleicht benutzt sie ja Sylph, auch wenn es von der Logik her keinen Sinn ergeben würde, weil hier überall Wind, ne? Müssten die Gegner eigentlich resistent gegen Wind sein. Die wird sowas von Luna beschwören. Toroid. Toroid? Na, Toroid. 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 Was auch immer. Spitzname Chung. Niemand weiß, wie es gefertigt wurde. Oder wie es genannt werden soll. Ja, kaum ist Colette draußen, schon kriegt er eine neue Waffe. Gern geschehen. Gern geschehen, Colette. Was macht dann zwölf Euro? Oder... Geil! Ihr habt ja keine Euro in eurer Welt. Wo ist das? Oben. Oder war die Blume dort nur für Items und ich muss jetzt die Blume hier benutzen, um weiterzukommen. Ich wollte gerade sagen, die hat mich nur an den Anfang zurückgebracht, aber nein, am Anfang war keine lila Blume hier. Dann bringst du mich wahrscheinlich dann auch nur auf die andere Seite. Wahrscheinlich. Was heißt denn wahrscheinlich? Ich könnte euch beide wieder beleben. Belegen wir erstmal die anderen Blumen wieder. Wo wollen wir überhaupt hin, ist die Frage. Obwohl, wahrzunein. Dann würde ich im Baum nur landen, oder? So würde ich im Baum landen. Das mit... Doch nicht. Blume ist verweckt! Oh nein! Wir haben sie getötet! Sie ist nicht tot! Sie hat sich nur schlafen gelegt! Wo bringst du uns eigentlich hin? Dorthin? Sollen wir mal ausprobieren? Na komm. Wenn du das Timing triffst. Wo landen wir? Oh, da unten. Perfekt! Feind-Erfahrungs-Level... Feind-Erfahrungs-Gemme-Level-4. Nicht-Erfahrungs-Level-4-Gemme. Ist doch alles dasselbe. Ja, hat sich ja gelohnt, ne? Wir sind am Anfang zurück! Juhu! Ach komm, wir gehen eiskalt raus und speichern unseren Fortschritt mal. Oh, wenn das jetzt hier alles gesettet wird. Eiskalt speichern! Wenn ich schon da vorne hingesetzt werde am Anfang? Dann muss man das halt ausnutzen. Und trotzdem versagen. Checken, warte am besten. Force es nicht. Force es nicht. Aber Wiggles Fähigkeit-Ding ist doch Force. War ich eigentlich neue? Oder habe ich noch welche? Jetzt habe ich voll. Okay. Okay! Okidoki! 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 Fast hätte sie mich erwischt. Der Fisch da oben wird mich aber bestimmt erwischen. So viel dazu. 군at war der Krecke. Es schon? Und das einfach goes solo. Ich habe jaasstANsw.